Unglaublich! In einer jüngsten Diskussion in der Sendung von Anna Will sorgten Fragen zur Luftqualität und den damit verbundenen Fahrverboten für hitzige Debatten. Im Zentrum der Kontroverse standen unter anderem die Grünen und ihre Politik zur Luftreinhaltung sowie die wissenschaftliche Grundlage für die bestehenden Grenzwerte. Annalena Baerbock von den Grünen verteidigte die bestehenden Maßnahmen zur Luftreinhaltung und verwies auf die wissenschaftliche Grundlage der Grenzwerte. Sie betonte, dass die Sauberkeit der Luft auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und der Schutz der Gesundheit, insbesondere von vulnerablen Gruppen wie Schwangeren und Kindern, im Vordergrund stehen müsse. Auf der anderen Seite des Spektrums standen Vertreter, die die Fahrverbote und die zugrunde liegenden Messverfahren kritisch sehen. Sie argumentierten, dass die Luft in Deutschland so sauber sei wie seit Jahrzehnten nicht mehr und dass die Fahrverbote eine ungerechtfertigte Enteignung der Bürger darstellen würden. Ein wesentlicher Punkt der Kritik war die Position und Funktion der Messstationen, die laut Kritikern nicht repräsentativ seien. Zudem schaltete sich eine Rechtsanwältin in die Diskussion ein und zeigte, dass weitere Verbote juristisch für die Bürger nicht tragbar seien. Damit entkräftete sie schnell die neuen Märchen von Baerbock. Ein Kernpunkt der Diskussion drehte sich auch um die wissenschaftliche Grundlage der Grenzwerte. Während Baerbock und ihre Unterstützer auf die breite wissenschaftliche Übereinstimmung hinwiesen, gibt es auch Zweifel und abweichende Meinungen innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Kritiker der aktuellen Grenzwerte argumentierten, dass die Methoden und Annahmen, auf denen diese basieren, überdacht werden sollten. Baerbock schlug vor, dass eine Nachrüstung der Fahrzeuge auf Kosten der Automobilkonzerne eine sinnvolle Alternative zu Fahrverboten wäre. Dies wurde jedoch von anderen Politikern und Experten als nicht ausreichend oder umsetzbar abgelehnt. Die Diskussion zeigt die tiefen Gräben in der Debatte um Fahrverbote und Luftqualität. Während die Grünen auf wissenschaftliche Fakten und den Gesundheitsschutz pochen, sehen andere in den Maßnahmen eine unverhältnismäßige Belastung der Bürger. Die Debatte wird sicherlich weitergehen, da die Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Industrie erheblich sind und eine Lösung gefunden werden muss, die sowohl den Umweltschutz als auch die Bedürfnisse der Bürger berücksichtigt.